Yo Leute, was geht Flakes hier? Heute habe ich was richtig, richtig Nices vor, denn heute werden wir undercover als Lebkuchen Renegade Raider in Party Royale gehen und mal gucken, wie die Leute auf uns reagieren. Schenken die uns Liebe oder ignorieren die Leute uns? Und falls die Leute uns ignorieren werden, packen wir dann unseren OG Renegade Raider aus und mal gucken, wie dann die Reaktionen sind, Leute. Lasst auf Ehren ein Like da und ein Abo und jetzt gönnt euch dieses nice Video bis zum Ende. Let's go! Und tragt auf Ehre Minecraft Radar Code Flakes im Item Shop ein. Kuss geht raus an jeden, der es macht. Holy moly Leute, ich bin in der ersten Lobby reingekommen und direkt ist es hell und da hinten sind mega viele Spiele am Start. Und jetzt gehen wir halt einfach mal als Fake Renegade Raider mit dem Fake Schwarzen Ritterschild einfach mal in die Menge und versuchen mal ein bisschen zu flexen. Wie soll ich sagen? Hier sehen wir schon einen OG Skull Trooper mit dem Schwarzen Ritterschild am Flexen. Und hier ein Geißelskin. Okay, Moment mal, Moment mal. Er lacht sie hier irgendwie aus. Seht ihr das? Die Geißel geht... Hä? Kann es sein, dass er toxisch ist? Er tanzt mit irgendeinem seltenen Tanz. Sie macht jetzt den Looser Dance? Was will er denn? No way. Wenn er wüsste, dass ich den Renegade Raider habe... Okay, oh, sie macht den Wurm. Ich glaube, sie will ein Dance Battle. Ja. Aha, den habe ich auch. Ja, 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 den habe ich auch. Oh, er ist gelieft. Das war's... Oh nein, sie ist auch direkt rausgegangen. Es war schon mal ein nicer Start. Der Lebkuchen Renegade Raider ist nicht so begehrt. Hm, wie gefällt dir mein Skin eigentlich? Yo. Yo, yo, yo. Ich glaube, du hast dich da ein bisschen vertan. Du weißt schon, dass ich kein Ruby Skin bin. Oh, da hinten haben wir einen Reflex Skin mit dem Schwarzen Ritterschild. Das ist nice. Okay, wie gefällt dir mein Skin? Oh mein Gott, da holt er auch noch einen seltenen Tanz raus. Er weiß... Oh, den Iconic Tanz hat er auch am Start. Aber... Guck mal, guck mal. Guck mal, wie die... Oh, wie die... Wie die Auge machen. Seht ihr das? Wir gehen jetzt mal zu dem Reflex Skin und wir machen den hier. Zack. Nein? Ach so. Dir gehört die Ruby. Guck mal, wie er der Ruby hinterherläuft. Ja, ich weiß ja schon, dass du zu Ruby gehörst. Dann nehme ich mir hier den Schwarzen Ritter. Hast du Interesse an mir? Vielleicht. Willst du mir vielleicht auch ein Herzchen senden? Wie ein HP. Was? Was ein HP? Sollen wir mal einfach gucken? Oh, wow, 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 wow. Oh, okay, komm mal mit, komm mal mit. Komm mal zu mir. Ich muss dir was zeigen. Guck mal, da ist auch noch der hier. Der weiß, glaube ich, auch Bescheid. Ich gehe jetzt einfach mal hier rein. Und wir holen jetzt den Renegade Raider raus mit dem Schwarzen Ritterschild. Das machen wir jetzt einfach. Ich habe so Bock drauf. Let's go. Der Renegade Raider. Und dann packen wir hier auch noch den Schwarzen Ritterschild aus. Und jetzt will ich einfach mal sehen, wie die zwei reagieren. Let's go. Und... Ähm... Oh. Oh. Ja, ja, ja. Ja, ja. Jetzt auf einmal bin ich interessant. Seht ihr, Leute? Sogar der Tarnreflexskin ist hier hergekommen. Aha, jetzt will er auch hier ein kleines Dance-Battle mit mir machen. Seht ihr das, wie die alle geiern? Aha. Ja, ja, ja. Der Schwarze Ritter geiert hier erst mal direkt. Ähm... Bro. Aber es sollte schon nicht zu viel sein hier. Playstation Skin. Nein, mach deinen Mund zu, Bro. Nee, nee, nee. Du musst schon was bieten können. Nicht hier nur deine Battle Pass-Tänze. Die will ich nicht mehr sehen. Die weiß ich, dass du dir... Ich glaube, ähm... Das war zu viel für ihn. Die Ruby, die, ähm... Vergöttert mich hier schon? Reicht ja. Reicht ja. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich habe den Renegade Raider. Aber, Leute. Ihr seht schon. Es ist jetzt gerade Nacht geworden. Ich würde sagen, ich gehe mal direkt in die nächste Lobby. Und mal gucken, was da so passiert als Lebkuchen-Renegade Raider. So, Leute. Wir sind in einer neuen Lobby angekommen. Aber ich sehe hier halt noch nichts Interessantes am Start. Außer, was mir jetzt gerade aufgefallen ist, Leute. Guckt mal da oben. Seht ihr, was da oben abgeht? Da oben befinden sich vier Spieler. Und ihr wisst, was sich da oben befindet, Leute. Was geht hier oben ab? Kann mir das einer erklären? Alles gut bei euch da drin? Warum so viele hier auf der Toilette? Ähm... Ist alles klar bei euch hier? Störig irgendwie? Kann ich hier wieder raus? Ich möchte hier nicht drinnen bleiben. Äh, Balenciaga. Ich weiß, du bist rich am Start. Aber ich will hier raus. Lassen wir das Thema hier oben. Ich glaube, wir gehen erstmal hier nach unten und gucken, ob wir hier irgendwas machen können. Oh! Wir sehen hier den Wonderskin mit dem Iconic-Tanz-Szenario am Start. Wir machen jetzt einfach mal so, als wäre ich voll geschockt. Oh, ich bekomme eine Umarmung. Ich bekomme eine Umarmung. Nein. Sie will mich umarmen? Den Wish-Renegade Raider? Was ist das für eine Ehrenfrau? Was willst du? Die Aura wollte, glaube ich, eine Umarmung von mir, oder? Nee, vom Wonderskin. Keine Ahnung. Die wollen sich ja alle gegenseitig umarmen. Was ist denn bei denen jetzt los? Oh, Aura will mich umarmen. Oh, Leute. Was ist denn das für eine nice Lobby? Was passiert, wenn ich den Loser-Dance mache? Ja, ja, ja. Oh, oh. Die Aura will immer noch eine Umarmung. Was will die Aura? Hier, Aura. Komm. Ich mache jetzt einfach den Loser-Dance. Wie jetzt? Wie jetzt? Du hast Cash? Wie jetzt? Ich bin ein Clown? Was willst du mir damit sagen? Die sind zwar alle nett, aber ich mag es ja zu triggern. Oh, sie wechselt Skin. Was kommt da jetzt raus? Der World Cup-Fisch-Skin? WTF. Und der soll jetzt cool sein? Nee, ihr seid lost. Was? Ich bin langweilig? Guck mal, guck mal, wie die mich jetzt alle hassen. Jetzt kommt mal mit. Kommt mal hier alle mit. Ich muss euch was zeigen. Wo ist denn dein Kumpel, Bro? Egal, ich zeig's nur dir, okay? Wir holen den jetzt raus, Leute. Ihr wisst, wen wir rausholen. Den Renegade Raider. Ey, schwarze Ritterschild. Auswählen. So, let's go. Wir gehen jetzt raus. Die Glupsch-Augen des Todes kommen jetzt da raus. Ähm. Ähm. Der denkt sich jetzt... Ach so. Ähm. Der macht einfach den No-Skin-Tanz. Was willst du mir jetzt damit sagen? Ach so. Ich soll... Wie? Ich soll jetzt tanzen? Oh. Ja, ja, ja. Der seltenste Item-Shop-Tanz am Start. Was soll ich machen? Ich soll da nochmal reingehen. Und dann? Ja, aber ich... Den Schwarzen Ritter oder was soll ich auspacken? Wir packen jetzt mal wieder den Lebkuchen-Renegade aus. So. Mag er mich dann immer noch? Ich weiß es nicht. Ja? Gefällt dir das jetzt auch? Nein? Guck mal, guck mal. Er will mich nur als OG-Renegade... Das ist jetzt nicht sein Ernst. Seht ihr, was ich meine? Packe ich den Renegade Raider aus? Bekomme ich seine volle Aufmerksamkeit? Packe ich den Lebkuchen-Renegade Raider aus? Er haut einfach ab. Das finde ich halt sowas von ehrenlos. Aber die Lobby ist mir auch eher ein bisschen zu langweilig. Ich gehe direkt in die nächste Lobby. Let's go. So, Leute. Und was ich jetzt versuchen möchte, ist mir eine Umarmung von irgendjemandem hier zu holen als Lebkuchen-Renegade Raider. Mal gucken, ob uns der Drift-Skin hier jetzt eine Umarmung gibt. Let's go. Sei einfach nicht so ehrenlos und ignoriere mich jetzt. Der will mir keine Umarmung geben. Da müssen wir einfach weinen. Ja, wir müssen weinen. Der Fisch-Skin guckt einfach. Guck mal, wie grimmig er guckt. Guckt ihn euch einfach an. Ey. Nein. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt mega traurig. Ich bin mega traurig. Was? Hat er mich ausgelacht? Warte mal. Ist das dein Ernst? Wie? Hat er mich jetzt ausgelacht oder wen hat er ausgelacht? Ich will doch nur eine Umarmung. Kann mir irgendjemand eine Umarmung geben? Wie jetzt? Das ist jetzt nicht der Neue Ernst, oder? Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Keiner von denen gibt mir eine Umarmung. Was ist denn bei denen schiefgelaufen? Digga, die lachen mich einfach aus. Warte mal. Er gibt mir jetzt eine Umarmung? Wie jetzt? Aber warum lachen die sich gegenseitig aus? Ich checke hier gerade gar nichts. Hier für euch. Wir triggern jetzt einfach jeden. Wie wir jetzt jeden hier triggern. Die sagt auch schon die ganze Zeit nein. Einer wirft hier die ganzen Crash-Pads hier runter. Doch, doch, doch. Ich packe jetzt einfach direkt den Renegade aus. Keine Widerrede. Wir machen die jetzt einfach direkt fertig. Let's go. Ähm. Und jetzt? Aha. Die geht schon nach hinten, ne? Seht ihr die? Die denkt sich jetzt auch so. Wer ist das? Oh. Ja, ja, ja. Seht ihr, Leute? Ich liebe diese Reaktionen einfach zu krass. Guckt sie euch an. Guckt sie euch einfach an. Einfach hops genommen. Was soll ich dazu sagen? Sie macht jetzt einfach den Daumen. Sie schaut einfach den Boden an. Ich mache jetzt noch den seltensten Tanz im ganzen Spiel. Oh, sie hat den auch. Sie hat den auch. Yo. Den habe ich auch. Den Bel Air Tanz. Ja, ja, ja. Den habe ich leider nicht. Ne, ne, ne. Den habe ich nicht. Aber ich hätte noch den hier. Den hat sie nicht. Machen wir noch ein kleines Dance Battle. Ja, den habt ihr beide. Habt ihr den hier vielleicht? 2020 Emote? Ne. Okay, dann machen wir jetzt den Headbanger Emote. Ne, den hat sie nicht. Guckt mal. Guckt mal, wie sie weg geht. Sie hat gar keinen Bock mehr. Die haben wir komplett hops genommen, Leute. Ich glaube, das war eine erfolgreiche Runde. Guckt mal, wie sie weg geht, Leute. Und wir sind jetzt irgendwie Freunde, oder? Kriege ich eine Umarmung oder so? Perfekt, Leute. Und so war ich echt erfolgreich heute. Also, man kann die Leute hier schon etwas hops nehmen mit einem Fake Renegade Raider und dann den echten Renegade Raider auspacken. So, Leute. Jetzt würde ich aber sagen, beende ich das Video für heute. Wir sehen uns morgen wieder. Lasst ein Like da unten, ein Abo für mehr Party Royale Videos. Und dann sehen wir uns. Kuss geht raus. Euer Flex. Ciao.